Wir, die Stiftung Mercator, wurden 1996 von der Familie Schmidt gegründet und mit großen finanziellen Mitteln ausgestattet. Die Familie Schmidt hat über Generationen hinweg ihre unternehmerischen Aktivitäten, vor allem im Groß- und Einzelhandel, aus Duisburg im Ruhrgebiet heraus betrieben. Aus diesem Grund sind wir nach dem Duisburger Kartografen und Kosmografen Gerhard Mercator benannt. Deshalb befindet sich unser Sitz auch im Ruhrgebiet, in Essen. Auch wenn wir uns inzwischen international, in Europa und ganz Deutschland engagieren, dem Ruhrgebiet fühlen wir uns immer noch besonders verbunden. Das Fundament unserer Arbeit sind immer unsere Werte, die unser Leitbild beschreiben. Bildung und Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt, das geeinte Europa, Toleranz und Weltoffenheit, die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Welches die drängendsten gesellschaftlichen Themen sind, die unser Engagement verdienen, muss immer wieder neu ausgehandelt werden. Wir schauen, wo es Lücken und Defizite gibt, in denen wir uns sinnvoll einbringen können. Die Welt und ihre Herausforderungen verändern sich. Und so müssen auch wir uns mit ihr verändern. Wir entwickeln eigene Projekte, Partnergesellschaften, fördern ProjektpartnerInnen und kooperieren dabei mit Institutionen im In- und Ausland. Seit unserer Gründung 1996 haben wir rund 1700 Projekte auf den Weg gebracht. Dafür konnten wir rund 800 Millionen Euro einsetzen. Geförderte, Kofinanzierende und unser Team von derzeit rund 100 Menschen sind PartnerInnen bei der Problemlösung. Wir wollen unsere Arbeit auf eine pragmatische, inspirierende und überparteiliche Weise angehen. Gemeinsam geteiltes Wissen ist für uns die Grundlage des Wandels in einer pluralen Gesellschaft zum Besseren. Heute arbeiten wir in vier miteinander verbundenen Bereichen daran, gesellschaftlich nützliche Veränderungen mit herbeizuführen. Digitalisierte Gesellschaft, Klimaschutz, Europa in der Welt sowie Teilhabe und Zusammenhalt. Wir sind ein Ort der Pluralität. Ein Ort unterschiedlichster Haltungen, Erfahrungen und Kompetenzen. Mit einem divers aufgestellten Team und somit unterschiedlichen Perspektiven auf unsere Themen, gewinnt unsere Arbeit an Qualität und Glaubwürdigkeit. Uns gibt es seit einem Vierteljahrhundert. 25 Jahre, in denen sich die Welt grundlegend verändert hat. 25 Jahre, in denen wir uns immer wieder verändert haben.